Ja, hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tomb Raider. Ja, und wir haben die liebe Lara hier wieder mal vor einem kleinen Rätsel stehen lassen. Wir müssen nämlich den Aufzug irgendwie noch befreien. Jedenfalls noch so drei so Spulen. Hier hatten wir eine befreit. Dann sind wir irgendwie wieder nach unten gelaufen. Und der Aufzug ist ganz oben. Das heißt, ich vermute mal, dass wir auf jeder Etage so eine Spule lösen müssen. Gucken wir mal. Okay, also hier, hier und hier. Ich muss die anderen Teile lockern. Ja, haben wir ja verstanden. Das heißt, wir holen ihn doch eine Etage nach unten. Und hoffen, dass wir dann von hier die Sachen lockern können. Oder auch nicht. Vielleicht hätten wir den doch eins oben lassen sollen. Wir müssen jetzt... Moment rein, Theo. Praktisch. Müssten wir ja jetzt von hier irgendwas machen können. Ich muss nur noch drei lockern, dann ist der Aufzug wieder frei. Ja, 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 ja. Sieht hier sehr instabil aus. Ich weiß, ich bin da ein bisschen lebensmüde. So. Von hier kann man aber doch nichts machen, ne? Das ist doch wieder eins nach oben. Na komm, wir fahren den doch mal noch wieder eins nach oben. Wahrscheinlich stelle ich mich wieder total saublöd an. Du musst die anderen Teile lockern. Ja, wir wissen's klar. Ich bin ja gerade dabei. So, dann ist der nämlich hier oben. Ich hätte auch mal springen können. Wenn wir jetzt hier an diese Leiter klettern. Können wir offen machen? Ach, nee, hier können wir. Ah, okay. Hier können wir auf jeden Fall eine Spule schon mal lockern. Upsi. So, jetzt haben wir den. Da oben. Jetzt müssten wir doch wieder eins runter, ne? Jetzt machen wir ihn hier hin. Wir gehen wieder eins runter, um zu gucken, ob wir da noch was machen können. Upsi. Wieso kann man da durch das Loch steigen? Wenn man doch da an nichts drankommt. Zwei erledigt. Noch zwei. Ja, ja. Hier krabbelt sie immer einfach nur drüber. Ist zwar lustig. Bringt aber nicht so viel, dann lassen wir ihn doch mal hier. Hier hinfahren. Hier nochmal. Wo war denn jetzt das Loch? Hallo Loch. Da war das Loch. Ja. Aber das bringt auch so überhaupt nichts. Da und da müssen wir noch lockern. Weil hier kommen wir ja nicht rein. Ich stelle mich wahrscheinlich gerade wieder an, ne? Wie oft möchte sie uns das noch sagen? So, da tue ich krabbeln. Bringt nichts, dann hüpfen wir einfach immer noch drüber. Von hier haben wir schon einen, oder? Wenn wir den jetzt wieder eins höher... Kann sich nur noch um Stunden handeln. So, dann haben wir den dritten auch schon mal. Okay. Einen noch, dann kann ich den Aufzug bewegen. Jaja. Frage ist nur... Wie kommen wir an den dritten dran? Äh, an den vierten, meine ich. Der muss ja auch auf der Seite, oder? Bitte? Was sagt sie? Schießen? Hat sie irgendwas gesagt von wegen Pfeilschießen? Das sieht gerade so aus, als ob man da was freischießen könnte. Okay, dann müssen wir den jetzt auf welche Ebene holen? Auf die dritte, oder? Nee, auf der dritten ist er. Also müssen wir ihn auf die vierte wieder bringen. Ja, wie gesagt, das kann sich hier nur noch um Stunden handeln. Aber das ist auch gutes Bein-Bauch-Po-Training, wenn man die ganze Zeit hier hoch und runter läuft. Wollte ich gar nicht nachladen. Wo haben wir denn jetzt hier was weggeschossen? Da hatten wir noch gemacht. Hä? 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 Oh, wildfehler. Ähm, über uns ist noch eine Kiste. Wie kamen wir denn? Wie kommen wir denn? Und überhaupt. Da müssen wir doch dann auch irgendwie hinkommen. An die Wand. Momentchen. Momentchen. Wir haben ja da eine Kletterwand. Moment. Quatsch, wir müssen den auf die dritte Ebene. Da hatten wir dann das Loch. Da können wir raus. Dann können wir an die Wand. Schauen wir mal, ob der Plan so funktioniert. Oder muss ich mit dem Fahrstuhl fahren? Wo ist denn jetzt dieses bekackte Loch? Da ist das Loch. Aber dazu müsste ich ihn ja... Ich bin wieder sehr überfragt. Ich glaube schon, dass das der richtige Plan ist. Aber mir ist noch im Moment schleierhaft, wie wir da drankommen sollen. Momentchen. Wollen wir hier durch sein? Nein. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Dafür. Also prinzipiell kann ich schon was dafür, aber... Vielleicht kann man hier einfach rüber? Kann man nicht. Daran kann man auch nicht. Ich meine, klar, hier dran kann man noch wieder. Aber da war ich ja gerade schon. Durch dieses Loch können wir nicht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Aber von unten können wir doch auch nichts machen. Oder? Occi? Occi hieß übrigens Occi. Ich check es nicht. Ich check es nicht. Wie sollen wir denn da bitte drankommen? Also dieser Plan mit dem Loch und der Wand. Prinzipiell... Gehe ich davon aus, dass es das ist. Da können wir immer nur durch. Wo muss denn der Fahrstuhl stehen, dass ich da durch... Und dann durch das andere Loch kann, was ich von hier noch niemals sehe. Wenn wir den jetzt hier hinstellen. checken. Ja. Ich versuch das jetzt mal einfach mit Geschwindigkeit Ich hole den jetzt ganz nach oben spring runter hoffe, dass ich nicht sterbe und versuch dann na durch das Loch zu kommen Ich hoffe, das war da Oh, da ist ein Ding Oh Und ich bin drüben Ob das jetzt des Rätsels Lösung war weiß ich nicht Aber wir sind auf jeden Fall da wo wir noch nie waren Hat ja schon mal Ah, Vorteile Und genau da mussten wir auch hin Sehr schön Und wir haben ihn kaputt gemacht Prima So Ja komm, lass doch mal los So Und wer dieses Treppenhaus noch nicht zur Genüge gesehen hat Kann sich das jetzt noch einmal angucken Denn jetzt verlassen wir den Fahrstuhl Hat ja auch lange genug gedauert Alter, fast die ganze Folge Ich glaube, es hackt Und natürlich wieder Nein, nein Hier ist keiner Mann, scheiß Norbert Was denn heute mache ich mal Wir haben Zeit, den Schrank zu öffnen Kein Thema So Wo war denn jetzt hier jemand? Das wollte ich so gar nicht Aber das ist sehr effektiv Finde ich Das sind diese Diese Explosivpfeile, ne Machen die das jetzt automatisch Waren das Geschenke für die alten Herrscher von Yamatai? Oder hat hier eine Schlacht stattgefunden? Sehr schicker Helm Doch So Danke der Herr Dankeschön Erstmal alles mitnehmen Was geht Da wollte ich noch gar nicht dran Aber ist okay Ob wir jetzt den Schrank zuerst öffnen Oder die Kiste zuerst öffnen Das sei Sei egal Ist egal Jo Aber ich würde sagen Gucken wir einfach nochmal kurz in der Karte nach Oh Hier ist Hier ist ein Geheimer irgendwas Hier müssen wir hin Okay 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 da sind wir drüber weg Wahrscheinlich Müssen wir hier Ob man die Kisten irgendwie wegmachen kann Oder so Keine Ahnung Oh Man kann auch einfach drüber klettern Interessant Ich dachte jetzt eigentlich erst Hier ist Achso Das war das Kartenstück Okay Alles klar Ich dachte das wäre jetzt so ein Grab gewesen Nun gut meine Lieben Aber Ähm In Anbetracht der vergangenen Zeit Für diese Aufnahme Würde ich sagen Werden wir mit Lara In der nächsten Folge weiter Durch diesen Angenehmen Schacht Spazieren Bis dahin Wünsche ich euch natürlich Einen schönen Tag Einen schönen Abend Einen schönen Morgen Gebt einen Daumen nach oben Wenn euch das Video gefallen hat Und schreibt einen Kommentar Wenn ihr mögt Ja und ich hoffe Wir sehen uns dann In der nächsten Folge Also macht's gut Tschüss Tschüss